Die Weltstadt mit Herz wird immer beliebter. München zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands und ist daher Anziehungspunkt vieler Arbeitssuchender. Die Bayer-Metropole wächst von Tag zu Tag. Und was macht Rot-Grün? Ihre Politik ist nicht zukunftsgerichtet und wird den Ansprüchen einer wohnenden Großstadt nicht gerecht. Rot-Grün setzt immer noch auf die Trambahn. Ein Verkehrschaos ist vorprogrammiert und führt zu einem Kollaps. Wir von der CSU sind für eine zukunftsgerechte Stadtplanung zur Stärkung der Wirtschaft und unserer Arbeitsplätze. Wir wollen deshalb das U-Bahn-System verbessern und eine U-Bahn-Ringverbindung schaffen. Großer Vorteil der U-Bahn, sie schafft mehr Freiraum für die Menschen. Das Verkehrskonzept der CSU schafft fließenden Verkehr. Sind auch Sie dabei für ein gemeinsames Umdenken und für einen politischen Wechsel mit Josef Schmidt? Wählen Sie CSU! Das ist Ende. Und Sie dabei für ein gemeinsames Umdenken Die Startfläche der Unternehmen